Die Ballon-Door-Vergabe 2023 hat mit der Wahl von Lionel Messi über einem Ehrling Haaland wieder für ordentlich Diskussionsstoff gesorgt, wobei viele eben der Meinung sind, dass ein Haaland es viel mehr verdient gehabt hätte. Ich möchte in diesem Video jetzt gar nicht mal allzu viel Stellung dazu beziehen. Dazu habe ich schon ein Video hochgeladen, schaut da gerne vorbei. Heute soll es dann viel mehr um vergangene Ballon-Door-Vergaben gehen und zwar um die größten Snubs der Geschichte, also Jahre in denen ein anderer Spieler es eigentlich viel mehr verdient gehabt hätte zu gewinnen, wie dann der tatsächliche Gewinner letztendlich. Natürlich ist das sehr subjektiv, aber ich möchte jetzt einfach mal meine Rangliste präsentieren. Als allererstes habe ich da direkt mal Robert Lewandowski im Jahr 2020 anstelle von tatsächlich niemandem, denn tatsächlich hat sich France Football damals dafür entschieden, den Ballon-Door auszusetzen wegen der Corona-Pandemie und das ist eigentlich echt in der Nachbetrachtung wirklich ein Skandal. Es lief eigentlich jeder bedeutende Wettbewerb weiter, Champions League, alle Top-Ligen, außer die französische League A und deshalb hat man das Ganze nicht ausgetragen und Lewandowski wäre der komplett verdiente Sieger gewesen in dem Jahr, hat die Champions League geholt mit Bayern, war Torschützenkönig sowohl in der Champions League als auch in der Bundesliga. Also da wurde er wirklich betrogen, hätte ihn aber auf jeden Fall gewonnen, wenn es ausgetragen worden wäre, beziehungsweise man weiß ja nie. Wir machen jetzt erstmal weiter auf meinem Platz 2 und da habe ich Thierry Ori, der es für mich im Jahr 2004 verdient hätte anstelle von Shevchenko. Gut, das war nicht unbedingt meine Zeit, aber auch in der Nachbetrachtung nur von den Zahlen, aber auch von den Titeln hätte es ein Ori da eigentlich wirklich komplett verdient. Wenn man mal schaut, das war das Jahr der Invincibles, also wo Arsenal die Meisterschaft geholt hat, ohne ein Spiel zu verlieren, eben mit Thierry Ori, der da auch der Top-Torschütze war, hatte dann insgesamt über die Saison, beziehungsweise über das Jahr, so war es ja damals mit der Verleihung, 61 Scorer-Punkte vorzuweisen, während Shevchenko bei Milan nur 38 vorzuweisen hatte. Also allein deswegen hätte es Ori eigentlich viel mehr verdient gehabt, aber gut, machen wir weiter mit Robert Lewandowski. Denn 2021 hätte er es meiner Meinung nach erneut verdient gehabt. Da frage ich mich echt, was soll er denn noch machen? Er hat da den Torrekord in der Bundesliga von Gerd Müller gebrochen, dazu hat er Polen auch noch mehr oder weniger zur WM geschossen. Beim Champions League aus der Bayern war er verletzt und insgesamt hatte er 83 Torbeteiligungen, während der tatsächliche Gewinner Messi war, der nur 63 Torbeteiligungen vorzuweisen hatte. Klar, Messi ist mehr wie ein reiner Vorbereiter oder Torschütze, aber dennoch war für mich Lewandowski in dem Jahr eigentlich der bessere Spieler und hätte es mehr verdient gehabt, auch weil Messi jetzt was Titel angeht nicht mehr gerissen hat wie Lewandowski in dem Jahr. Machen wir weiter im Jahr 2019 und da ist es wieder einmal Messi, der gewonnen hat und wieder einmal, wie ich finde, nicht unbedingt verdient, denn man hatte da mit Virgil van Dijk natürlich eine komplett andere Position, nämlich einen Innenverteidiger, der wirklich herausragend war, aber das sollte für mich kein Ausstoßkriterium sein, vor allem, wenn wir in dem Fall die beiden Spieler sogar aufeinandertrafen, nämlich im Champions League Halbfinale. Da hat Liverpool Barca rausgeworfen nach der übertrieben krassen Aufholjagd und im weiteren Verlauf wurde van Dijk dann eben auch noch Champions League Sieger mit Liverpool und ich weiß nicht, wieso man es dann Messi geben muss. Van Dijk war wirklich der beste Verteidiger der Welt in der Zeit, aktuell vielleicht nicht mehr unbedingt, aber ich meine, es geht nur um das Jahr und da hat er wirklich herausragend gespielt und hätte es meiner Meinung nach verdient gehabt, da den Ballon d'Or zu gewinnen. Genauso wie Manuel Neuer im Jahr 2014, in dem er als Torwart die Weltmeisterschaft gewinnen konnte, auch hier wieder eine eher ungewohnte Position für Ballon d'Or-Gewinner, dennoch war seine Leistung wirklich überragend. Für mich der beste Spieler bei der WM, welche einfach einen enorm hohen Stellenwert haben sollte, da die nur alle vier Jahre stattfindet und ich meine, die spielt ja auch immer eine große Rolle beim Ballon d'Or, siehe der Gewinn von Luka Modric 2018, in dem Fall war es nicht der Fall, ist natürlich auch immer schwierig zu vergleichen, Feldspieler mit Torwart, aber Neuer hat da wirklich das Torwartspiel revolutioniert, auch wenn er zuvor schon wirklich krasse Aktionen außerhalb des 16ers hatte und wäre für mich der verdiente Gewinner gewesen. Auch wenn man hier sagen muss, dass ein Ronaldo, der es stattdessen geholt hat, jetzt keine schwache Saison gespielt hat, ich meine, der hat die Champions League geholt und auch seine Tore gemacht, also da war halt auch die Konkurrenz ein bisschen besser, wie jetzt in den anderen Fällen, die ich bis jetzt vorgestellt habe, aber machen wir jetzt erstmal weiter und was hatten wir denn heute noch nicht? Wir hatten jetzt oft Messi, der unverdient gewonnen hat, oft hatten wir Bayern-Spieler, die den Preis unverdient nicht bekommen haben, Gut, machen wir einfach weiter erneut mit Messi, der ihn gewonnen hat, während ein anderer Spieler es vielleicht mehr verdient gehabt hätte und das war für mich auch 2010 der Fall. Nicht, weil Messi so schwach war, klar, der war überragend für Barca, die haben da alles dominiert, aber genau das Gleiche trifft dann halt eben auch auf einen Xavi oder einen Niesta zu, die aber zusätzlich noch im Mittelfeld von Spanien die Weltmeisterschaft dominiert und gewonnen haben und bei Barca genauso überragend waren. Ich will mich da gar nicht mal unbedingt auf jemanden von beiden festlegen, dafür ist es schon ein bisschen zu lang her und das Ganze lässt sich im Nachhinein auch nicht mehr wirklich an Zahlen messen, weil diese Spiele halt einfach viel mehr sind wie reine Scorer. Vor allem Xavi hatte da wirklich einen enormen Mehrwert für das Spiel. Ich will mich da gar nicht festlegen, wer besser war wie Messi, aber für mich waren es halt beide in dem Jahr und hätten es beide mehr verdient gehabt wie Messi. Und dann gehen wir weiter zu meinem letzten Call in diesem Video und was könnte da jetzt noch kommen? Vielleicht ein Bayern-Spieler, der es verdient gehabt hätte, nämlich im Jahr 2013 mit Franck Ribéry, der dann anstelle von Ronaldo den Ballon d'Or bekommen hätte, hat er aber letztendlich nicht. Auch wenn er es verdient gehabt hätte als Champions-Sieg-Sieger mit Bayern, muss man halt in dem Fall sagen, er war jetzt nicht der Spieler, der enorm herausgeragt ist. Ja, er war der Beste bei Bayern und hätte es dementsprechend verdient gehabt, aber es war schon so, dass seine Mitspieler fast auf dem gleichen Niveau unterwegs waren, also ein Robben oder auch wieder neuer, keine Ahnung, Lahm. Da waren viele auf ähnlichem Niveau. Ribéry war leicht drüber, aber jetzt nicht so, dass er extrem herausgeragt ist, wie jetzt ein Ronaldo bei Real immer und dementsprechend war es vielleicht nicht unbedingt ganz so geeigneter, für ihn zu wählen, aber rein rational betrachtet, hätte er es von seinen Zahlen und seinen Spielen dennoch verdient gehabt. Das soweit meine Snubs beim Ballon d'Or in der näheren Vergangenheit und wir können letztendlich festhalten, dass Messi vielleicht zwei, drei Ballon d'Ors zu viel hat, auch wenn er meiner Meinung nach dieses Jahr verdient gewonnen hat aufgrund der WM und dass Bayern-Spieler kriminell unterschätzt werden bei dieser Verleihung, vor allem Robert Lewandowski. Aber gut, das war es soweit von mir. Schreibt mir gerne mal noch eure Snubs in die Kommentare, falls ihr da vielleicht noch andere auf dem Schirm habt gerade. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao! Bis zum nächsten Mal.